Um Ostern zu verstehen und dieses Geheimnis in meinem Herzen und in meinem Alltag zuzulassen, brauche ich Zeit. Wie die Jünger von Emmaus bin ich unterwegs. Gerade wenn ich nicht an Gott denke, war er ganz nah bei mir. Wenn ich am Ende des Tages zurückschaue. Nicht nur beim Brotbrechen. Sondern auch beim Hören von Gottes Wort ist Jesus wie Licht in der Nacht. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft! Amen.